Thomas Ostwald, Rolf Toring, Neue Abenteuer, Tote Mato Grosso, nach den Aufzeichnungen Hans Warrens, erzählt von Hans Holm, ein Blitzhörbuch von Bookstream, gelesen von Alex Wolf. 1. Kapitel Die Weisen Frauen Wir waren zurück im Kreis der Botokuden, als wir ohne die Frauengruppe aus der Höhle an das Lagerfeuer gingen, um in dem flackernden Schein die Papiere zu untersuchen, die uns gerade ausgehändigt wurden. Ich muss gestehen, dass ich erschüttert war, nachdem ich den Namen Igor Dark auf einem Blatt gefunden hatte. 2. Damit war es für mich klar, dass uns die Weisen Frauen der Botokuden ein Vermächtnis ausgehändigt hatten, das Vermächtnis eines offenbar genialen Wissenschaftlers, der hier in der Wohnung der Seelen seine letzten Arbeiten vorgenommen hatte. 3. Als die Botokuden erfuhren, dass zwei Weiße in den Höhlen des Chapadados-Golmaris-Gebirges nach den Felsenzeichnungen suchten und diese dann auch noch sorgfältig abzeichneten, musste ihnen klar geworden sein, dass zwischen Dark und uns eine Verbindung bestand. 4. Sie warteten bei dem Wasserfall, bis wir aus der Höhle kamen und führten uns dann direkt zu den Aufzeichnungen, die Dark hier zurückgelassen hatte. 5. Was tatsächlich in der Höhle mit den zahlreichen Zeichnungen und Inschriften geschehen war, würden wir wohl niemals erfahren. 6. Keiner von uns verstand die Sprache der Botokuden, und die Indios beherrschten nur einige Brocken des brasilianischen Portugiesisch, aber keine weitere Sprache. 7. Pedro, der stets fröhliche Fremdenführer, hatte uns in das bekannte Gebiet mit den Felsenzeichnungen in verschiedene Höhlen geführt. 8. Wir hatten selbst in einer Grotte alles abgemalt, was wir dort entdeckten. 9. Und dann bekamen wir die Arbeit von Professor Igor Dark von einer der weisen Frauen ausgehändigt. 10. Das ließ für uns nur einen einzigen Schluss zu. 10. Dark war tot. In diesem Gebiet während seiner Forschungsarbeit gestorben. 11. Das Wie würde unerklärlich bleiben, wo seine sterblichen Überreste waren ebenfalls. 11. Jetzt ging es für uns in erster Linie darum, diese Aufzeichnungen nach Washington zu bringen, um sie Patricia Montessa und dem Wissenschaftlerteam am Smithsonian Institute auszuhändigen. 11. Vielleicht kam dann Licht in die Vorfälle der vergangenen Monate, bei denen Professor Dark uns als Max Schwarz immer wieder dazwischen kam und offenbar stets mehr wusste als wir 12. Und uns immer ein paar Schritte voraus war. 13. Jetzt hatten wir ihn offenbar eingeholt. 14. Er war im Mato Grosso gestorben und hatte seine Aufzeichnungen in der Morada das Almas, der Wohnung der Seelen, hinterlassen. 15. Was für ein passender Name für ein Vermächtnis. 15. Bereits mit dem ersten Sonnenstrahl erhoben wir uns von unserem einfachen Lager, das uns die Indios vor der Höhle bereitet hatten. 15. Ich hatte tief und traumlos geschlafen, unbelästigt von Insekten, die in dem angenehmen Klima der 800 Meter hohen Gebirgskette in der Nacht inaktiv blieben. 16. Auch die Indios vom Stamm der Botokuden waren längst schon wach und gingen ihrem morgendlichen Treiben nach. 16. Als man bemerkte, dass wir wach waren, erhielten wir Früchte und dazu erneut Schalen mit Abiero-Saft. 17. Sowohl Rolf als auch ich griffen dann zu den Papieren, die wir zum Schutz vor der Feuchtigkeit in einen Leinenbeutel gewickelt hatten, der uns sonst für die Aufnahme von Proviant diente. 18. Jedes Blatt begann mit der Darstellung eines Krokodiles, war dann angefüllt mit Symbolen für verschiedene Pflanzen, für Mengen sowie mit verschiedenen Darstellungen von Tieren. 18. Wir erkannten Tapire, Leoparden, Hirsche und Gürteltiere sowie Vögel. 19. Die Bedeutung der zahlreichen Symbole erschloss sich uns nicht sofort, aber aufgrund unseres gesammelten Wissens vermuteten wir, dass es sich um die Beschreibung von Krankheiten und ihrer Bekämpfung handelte. 20. Tja Hans, das ist eine sehr umfangreiche Arbeit, die Darkir geleistet hat. 21. Wir werden sie hüten wie unseren Augapfel und den Washington persönlich abgeben. 22. Und dann können wir nur noch hoffen, dass sich die Mühe auch gelohnt hat, sagte Rolf ein wenig lakonisch, als er seinen durchgesehenen Blätterstapel auf meinen legte. 22. Wir haben zwei der wichtigsten Höhlen mit Felsenzeichnungen aufgesucht. 23. In der Grotte haben wir selbst kopiert, in der Wohnung der Seelen hat Dark offenbar sehr gründlich gearbeitet. 24. Mehr kann man wohl kaum noch tun, zumindest nicht mit unserem Wissensstand, antwortete ich. 25. Ich war nicht mehr ganz bei der Sache, denn schon während Rolf seine Blätter zur Seite legte, sah ich das Bild von Patricia Montessa vor mir. 25. Überlegte mir ihre Reaktionen auf unseren Fund und malte mir aus, wie schön es wäre, sie jetzt in die Arme schließen zu können. 26. Was denkst du, ist aus Dark geworden? riss mich die Stimme meines Freundes aus meinen Gedanken. 27. Dark? wiederholte ich irritiert, denn eigentlich war es mir ziemlich egal, wo die Indios den Professor beerdigt hatten. 27. Blitzschnell hatte ich einige Bilder vor meinem geistigen Auge, sah ihn mit einer Waffe an meinem Bett sitzen, ihn durch den Garten entfliehen und hatte das Gefühl, dass wir allen Grund zur Freude hatten, diesen Menschen nicht mehr fürchten zu müssen. 28. Ja, das war der richtige Ausdruck. Ich fürchtete mich vor diesem Professor Igor Dark. Mir war der Mann unheimlich. 29. Er tauchte plötzlich auf, wo man ihn nicht vermutete. Er schien auf der Suche nach den gleichen Büchern zu sein wie wir und fand sie schneller, um einige wichtige Seiten herauszureißen und er... 29. Jetzt wurde ich doch etwas unruhig, denn schließlich hatte uns Dark aus einer unangenehmen Situation auf Madagaskar befreit. 30. Dann der Kampf mit den brutalen Sklavenjägern, ohne seinen Angriff aus der Luft, ausgeführt mit der fabelhaften Beachcraft, wäre der Ausgang für uns sehr unsicher gewesen. 31. Es ist schade, dass jetzt zu viele Fragen offen bleiben. 32. Natürlich hätte ich zu gern gewusst, was es mit dem Einhorn auf sich hatte, antwortete ich. 32. Möglicherweise lösen wir dieses Rätsel, wenn die Inschriften entziffert sind. 33. Auch wenn ich mir nicht so recht vorstellen kann, was die Indios oder die Krokodilmänner mit einem Einhorn zu schaffen haben, fügte Rolf nachdenklich hinzu. 34. Wir begrüßten unseren fremden Führer Pedro, der, fröhlich wie immer, eben zu uns herüberkam. 34. Senores, wir können aufbrechen. 35. Die Botokuden werden uns zunächst noch ein Stück geleiten, aber ich kenne mich hier überall aus, 35. Und nach einem gut zweistündigen Fußmarsch werden wir den Platz erreichen, auf dem unser Auto wartet. 35. Glücklicherweise konnten wir aufbrechen, bevor die Sonne zu hoch stand und uns mit ihren sengenden Strahlen erreichte. 36. Schließlich standen wir wieder im Tal Sidat de Petra mit seinen seltsamen, von der Natur geformten Figuren. 37. Die Botokuden begleiteten uns schweigend bis zum Petra do Jacare, dem Felsen, der aussah wie ein riesiges Krokodil. 38. Der Anführer trat vor, hob zum Gruß die Hand, die Krieger drehten sich wortlos um und waren gleich darauf zwischen den zahlreichen Gebilden der Umgebung verschwunden. 39. Nachdenklich musterte ich den riesigen Aranitfelsen, dem die Laune der Natur das Aussehen eines Krokodils verliehen hatte. 40. Wirklich? War hier nur die Natur als Bildhauer tätig gewesen? 41. Ich besah mir den Boden rings um das Krokodil genauer und entdeckte zahlreiche versteinerte Muscheln, auf die ich Rolf hinwies. 41. Interessant, sagte Rolf. Und wenn man hier an diesen Steinen noch die Wellenbewegungen erkennen kann, versteht man, dass sich hier einst ein Meer befunden hat. 41. Schon klar, Rolf, und einige der Figuren wirken ja wirklich wie von Menschenhand gefertigt. 42. Nicht nur dieses Krokodil könnte auch vor Jahrhunderten von Menschenhand gebildet worden sein, 43. Sondern auch dort drüben die Formation, die wie eine mittelalterliche Burg wirkt. 43. Senores, wenn wir uns jetzt nicht ein wenig spurten, laufen wir noch in der größten Mittagshitze, mahnte uns Petro. 44. Er hat ja recht, Hans, lass uns weitergehen. So interessant sich auch die Natur hier zeigt. 45. Wir sollten zusehen, dass wir zu unserem Auto gelangen. 45. Die Hitze in Kuiaba wird uns noch genug zu schaffen machen, wenn wir unsere Weiterreise organisieren wollen. 46. So zogen wir über die Hochebene, hatten jetzt kaum noch einen Blick für die zahlreichen Naturwunder, die Wasserfälle oder die unglaubliche Vogelwelt, die uns ständig mit ganzen Schwärmen umgab. 46. Nur bei einem besonders prächtigen Tukan musste ich verharren und beobachtete ihn, 47. Wie er mit seinem langen Schnabel geschickt Früchte zerteilte und sie mit einer raschen Bewegung hochwarf, 48. Mit dem Schnabel auffing und mit offensichtlichem Genuss verzehrte. 48. Wer zum ersten Mal einen solchen Vogel mit seinem Schnabel sieht, der fast ebenso groß ist wie der gesamte Vogel, 49. Wundert sich, dass die Tiere damit überhaupt fliegen können und beim Sitzen nicht immer nach vorn kippen. 49. Tatsächlich aber ist dieser Schnabel federleicht. 50. Ich hatte mehrfach bei den Botokuden Gelegenheit zu beobachten, wie die Kinder damit spielten 50. Oder die Frauen sie zum Trocknen in die Sonne legten, um später einen Schmuck daraus zu arbeiten. 51. Als wir unseren Leihwagen erreichten, erkannten wir im Schatten der Urwaldriesen 51. Einen vollkommen weiß gekleideten Mann sitzen, der sich bei unserem Anblick erhob. 52. Das ist schön, dass ich sie doch noch antreffe. Ich wollte eigentlich schon aufgeben, 53. Aber nun hat das Warten einen Sinn gehabt, begrüßte uns der Mann. 53. Etwas irritiert schüttelten wir ihm die Hand. 53. Ein Blick auf seinen weißen Anzug und den kleinen Stehkragen zeigte uns, 54. dass wir einen Missionar vor uns hatten. 54. Pater Emanuel, stellte er sich auch gleichzeitig vor. 55. Habe ich das Vergnügen mit den Senores Toring und Warren? 55. Das bestätigten wir natürlich und waren nun restlos überrascht, 55. als der Missionar einen sehr mitgenommen aussehenden Zettel aus seiner Rocktasche zog 56. und den Rolf in die Hand drückte. 56. Sie wundern sich, dass ein ihnen vollkommen Fremder nicht nur auf ihre Rückkehr wartet, 57. sondern auch eine Nachricht für sie hat. 57. Gestatten Sie mir, ihnen kurz zu berichten. 58. Vielleicht gehen wir dort drüben in den Schatten. 58. Gespannt folgten wir dem Missionar. 59. Nur Petro blieb beim Wagen und öffnete die Türen, 59. damit der Hitzestau aus dem Inneren etwas entweichen konnte. 59. Bevor Sie die kurze Nachricht lesen, die ich Ihnen überbringe, 60. lassen Sie mich erzählen, wer der Absender ist, der mich um diesen Gefallen gebeten hat. 59. Meine Missionsstation befindet sich von hier nur etwa eine Stunde zu Fuß entfernt. 59. Vor zwei Tagen fanden meine Indios in unmittelbarer Nähe der Mission einen schwer verletzten Weißen. Sie brachten ihn zu mir und ich gab ihm zunächst zu trinken, 59. bevor ich seine Wunden untersuchte. 59. Rolf warf mir einen Blick zu und wandte sich dann an den Missionar. 60. Lassen Sie mich raten, Pater. Dieser Mann ist ein Amerikaner und heißt Igor Dark. 61. Jawohl, so ist es, Senior Taring. Wie gesagt, er hatte eine ziemlich schwere Verletzung, die nach seiner Erzählung von einem Sturz herrührte. Dark war an einer Felsenstelle so unglücklich abgestürzt, dass er sich aus dem kleinen Tal erst nach Stunden selbst befreien konnte. 61. Wie es ihm mit seinen Verletzungen gelang, bis zu meiner Station zu kommen, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber dort verließen ihn die Kräfte und er wurde in die Mission gebracht. 62. Dann befindet er sich also bei Ihnen? Der Pater schüttelte den Kopf. 63. Nicht mehr. Dark hat uns gestern Nacht wieder verlassen. 63. Wie ist das möglich? Sagten Sie nicht gerade, er sei schwer verletzt gewesen? Erkundigte ich mich. 64. So ist es, Senior Warren. Als er in der Station erwachte, gab er den Indios Anweisungen, etwas für ihn zuzubereiten. Er hatte keine Probleme, sich mit ihnen in ihrem Dialekt zu verständigen. Die Indios hörten ihm zu, verschwanden für etwa eine Stunde und kehrten dann mit zahlreichen pflanzen zurück, aus denen sie zum Teil einen Trank herstellten, zum anderen Teil jedoch eine Salbe. Dark überprüfte den Trank kritisch, roch daran, nahm eine Probe, wartete eine Weile ab und leerte dann den Becher in einem Zuge aus. Dann befahl er den Indios, ihn mit der Salbe vom Hals bis zu den Füßen dick einzustreichen. Die Masse wurde schnell hart, am nächsten Morgen bröckelte sie von seinen Armen bei jeder Bewegung. Aber sie schien zu wirken. Wie ich mich selbst überzeugen konnte, hatten sich auch größere Wunden an Armen und Beinen geschlossen, und am Abend des Tages stand er von seinem Lager auf und ging auf und ab, als wollte er seine Muskeln testen. Dann hat Dark es geschafft, seine Verletzungen innerhalb kurzer Zeit nur durch Pflanzen zu heilen? Sind sie sicher, dass er wirklich schwer verletzt war, oder wäre es auch möglich, dass er sie getäuscht hat? erkundigte sich Ralf. Doch der Pater schüttelte energisch den Kopf. Senior Toring, ich habe schon zahlreiche Verletzungen hier auf meiner Mission behandelt. Wäre ich nicht Augenzeuge bei dieser Heilung gewesen, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber in der folgenden Nacht war Dark so weit hergestellt, dass er einfach aufbrach. Meine Vorhaltungen, er möge sich noch schonen und doch nicht durch ein ihm unbekanntes Gebiet bei Nacht marschieren, wies er grob zurück. Dann schrieb er etwas auf diesen Zettel und erzählte mir, dass sie in der nächsten Zeit kommen und zu ihrem Auto gehen würden. Er wäre bereit, der Mission einen größeren Geldbetrag zu überlassen, wenn ich ihnen diese Nachricht überbringen würde. Tolle Geschichte, Pater Emanuel, antwortete ihm Rolf. Dann will ich doch mal sehen, was uns dieser seltsame Mann für eine Nachricht hinterlassen hat. Rolf faltete das Blatt auseinander, warf einen Blick darauf und reichte es zu mir herüber. Das kennen wir bereits, das Zeichen für den Krokodilgott Sobeck. Sonst nichts weiter zu erkennen, Rolf? sagte ich und hielt das Blatt selbst schräg, um besser sehen zu können, was im unteren Teil des Blattes zunächst wie ein Schmutzfleck ausgesehen hatte. Hier steht noch etwas, Rolf. Warte, Kom-Om-Bo, kann ich entziffern. Was soll das? Mein Freund dachte einen Moment nach, dann antwortete er, Kom-Om-Bo, in Oberägypten-Hans. Er gibt uns einen Hinweis auf einen Tempel des Gottes. Warum will er uns erneut hinter sich herlocken? Wie schon mit der Tellerlippe? Kann er nicht einfach warten, sich mit uns unterhalten, wie man das unter zivilisierten Menschen macht und uns dann endlich einmal reinen Wein einschenken? Ich war verärgert. Denn wenn dieser Hinweis bedeutete, dass Stark unterwegs nach Oberägypten war, dann wäre es nur logisch, dass wir ihm tatsächlich folgten. Vorausgesetzt, wir waren an der Lösung des Rätsels interessiert. Offenbar hatte der exzentrische Wissenschaftler ja auch einige der alten Inschriften richtig gedeutet und in die Praxis umgesetzt. Anders war seine rasche Heilung kaum erklärbar. Warum war er aber nicht zu den Botokuden zurückgekehrt, um seine umfangreichen Felsenzeichnungen zu holen? Hatten sie überhaupt noch einen Wert für ihn? Wollte uns Stark seine Kopien der Felsenzeichnungen zukommen lassen? Zweites Kapitel Rolf entführt Nach unserer Rückkehr in die heißeste Stadt Brasiliens wollten wir zunächst nur ein Bad nehmen, uns frische Wäsche anziehen und dann alles für unsere Rückreise in die Vereinigten Staaten einleiten. Als ich erfrischt aus dem Bad kam, klingelte das Zimmertelefon. Es war die gewünschte Verbindung nach Washington. Ich konnte nun Patricia berichten, was wir erlebt hatten. Ganz besonders erfreut war sie natürlich über die angekündigten Unterlagen, die aus unseren Zeichnungen und denen Darks bestanden. Patricia ermahnte mich, vorsichtig zu sein, und ich bezog das natürlich gern auf meine Person. Aber dann erklärte sie mir lachend, dass sie durchaus der Meinung war, dass Rolf und ich uns schon durchschlagen würden auf den gefährlichen Flügen bis nach Washington. Ihre Sorge galt vielmehr den Dokumenten. Ich konnte sie beruhigen, denn wir hatten mit Pedro zunächst einmal eine große Bank aufgesucht, dort ein Schließfach gemietet und die Unterlagen sicher verschlossen. Dann wurde der Leihwagen zurückgegeben, Pedro entlohnt, und mit einem Taxi kehrten wir in unser Hotel zurück. Das Gespräch mit Patricia hatte mich in besonders gute Stimmung versetzt, und ich wollte Rolf abholen, um gemeinsam mit ihm in die Stadt zu fahren. Als ich kurz an seine Zimmertür klopfte, bemerkte ich, dass seine Tür nur angelehnt war. Rolf, rief ich, öffnete die Tür und erwartete, meinen Freund gerüstet und abmarschfertig anzutreffen. Aber sein Zimmer war leer, und ein rascher Blick in das Bad zeigte mir, dass er es offenbar noch gar nicht benutzt hatte. Hatte ihn vielleicht ein Anruf vom Empfang noch einmal nach unten gerufen? Waren unsere Pässe kontrolliert und er dazu befragt worden? Ich eilte die Treppen hinunter und fand in der Halle den Empfang völlig unbesetzt. Nirgends ließ sich auch nur ein dienstbarer Geist blicken. Das war nicht so ungewöhnlich, denn wir hatten ein kleines Hotel ausgesucht, das nur über wenige Zimmer und ein kleines Restaurant verfügte. Also durchquerte ich die Halle, öffnete die Tür zum Restaurant und blickte in das verschlafene Gesicht eines Barmannes, der seinen schweren Kopf mit beiden Armen abgestützt hatte. »Haben Sie meinen Freund Rolf Toring gesehen?«, rief ich dem Mann zu, aber der schüttelte nur träge den Kopf, griff dann nach einer Fliegenpatsche und wedelte damit lustlos in der Luft herum. »Weidmannsheil!«, rief ich ihm zu, was mir einen fragenden Blick einbrachte. Ich eilte zurück in die Hotelhalle und rief, ohne Erfolg. Also blieb nur noch die Küche. Ich riss die Tür mit einem Ruck auf und hatte so wenigstens die Aufmerksamkeit eines Angestellten, der sich gerade in einem trauten Zwiegespräch mit einer weiblichen Küchenhilfe befand. Erschrocken fuhren beide herum und standen verlegen vor mir. »Es ist niemand in der Lobby. Ich suche meinen Freund, Senior Toring, Zimmer 21. Haben Sie ihn gesehen?« Beide schüttelten stumm den Kopf und ich eilte zurück. Eben fuhr eine Taxe vor und jetzt war tatsächlich ein Hoteldiener zur Stelle, um den neuen Gästen das Gepäck hereinzubringen. Er hatte auf der Veranda gesessen und genüsslich eine Zigarette geraucht, wie noch deutlich an der Wolke erkennbar, deren Geruch ihn umgab. »Haben Sie meinen Freund Rolf Toring gesehen vom Zimmer 21? Wir wollten gemeinsam in die Stadt und ich kann ihn nirgendwo treffen.« Der Boy stellte die Koffer vor dem Empfang ab und antwortete freundlich, »Ja, Senior. Ihr Freund ist in Begleitung von zwei Männern aus dem Hotel gegangen. Sie hatten am Empfang nach seiner Zimmernummer gefragt und darum gebeten, dass wir sie nicht anmelden. Es sollte eine Überraschung unter alten Freunden sein.« »Alte Freunde?« »So, so, interessant. Wie sahen die beiden Männer denn aus?« Um seinem Gedächtnis etwas auf die Sprünge zu helfen, griff ich nach meiner Brieftasche und suchte umständlich nach einem Geldschein. »Ja, Senior Warren, das waren zwei große Männer, sehr vornehm und elegant gekleidet, aber doch unverkennbar Indios.« So wie er dieses Wort aussprach, war seine Verachtung für die Einheimischen kaum zu überhören. Ich gab ihm trotzdem den Geldschein und erkundigte mich, ob die Männer in einen Wagen gestiegen seien. »Oh ja, Senior Warren, den Wagen habe ich bewundert. Es war ein amerikanischer Buick, ein tolles, sehr großes Modell. Keine Ahnung, wie die Indios an ein solches Auto gekommen sind. Aber der Fahrer konnte damit umgehen.« »Und der war auch ein Indio?« Der Hotelboy strahlte mich an. »Tatsächlich, Senior Warren. Er trug sogar eine Chauffeur-Mütze zu seinem weißen Anzug. Wie gesagt, die Indios traten wie richtige Seniores auf, aber ein Trinkgeld habe ich trotzdem nicht bekommen.« Ich ließ ihn bei diesen Worten stehen und trat auf die belebte Straße. Was hatte das zu bedeuten? Große, elegant gekleidete Indios in einem amerikanischen Wagen? Sollte es sich um eine Gruppe handeln, die ebenfalls hinter dem Schlüsselbuch für die Entzifferung der alten Inschriften her war? Waren es diese Leute, die sowohl in Washington wie auch in Caracas die Seiten herausgerissen hatten? Oder war das doch dark gewesen? Meine Gedanken wirbelten durcheinander, aber ich konnte keine vernünftigen Schlüsse ziehen. Der Boy war auch wieder vor das Hotel getreten und zündete sich die nächste Zigarette an. Mir kam ein Gedanke und ich sprach ihn erneut an. »Noch lange Dienst heute?« Dabei zog ich mein Zigarettenetui aus der Brusttasche und hielt es dem Boy hin. Ein glückliches Lächeln huscht über sein Gesicht. »Oh, Senior, besten Dank. Das ist für unser einen ein sehr seltener Genuss. Nein, ich muss nur noch bis sechs Uhr arbeiten, und dann habe ich bis morgen Mittag frei.« »Haben Sie Lust, auf einen Drink nach Feierabend auf mein Zimmer zu kommen? Vielleicht hätte ich noch eine kleine, gut bezahlte Arbeit für Sie.« »Oh, Senior Warren, das mache ich doch sehr gern. Für einen Gentleman wie Sie ist es mir eine Ehre, etwas erledigen zu dürfen.« »Was so ein freundliches Trinkgeld doch alles bewirken kann«, dachte ich bei mir, und wusste noch gar nicht, wozu ich den Hotelboy anstellen wollte. Aber er konnte mir möglicherweise helfen, sollten sich die Entführer melden. Rolf war vor gut einer Stunde aus seinem Hotelzimmer entführt worden. Natürlich musste ich das der hiesigen Polizei melden, aber über den Nutzen dieser Meldung hatte ich so meine Zweifel. Trotzdem wollte ich nichts unversucht lassen, gab dem Boy ein Zeichen und fuhr gleich darauf mit dem herbeigepfiffenden Taxi zum Polizeipräsidium. Auf dem Rückweg ins Hotel war ich restlos davon überzeugt, dass ich mir diesen Weg hätte sparen können. Um für alles gerüstet zu sein, ließ ich das Taxi vor einem Geschäft mit Waffen und Munition anhalten und erledigte meine Einkäufe. Die folgenden Stunden zerrten sehr an meine Nerven, denn ich verbrachte die Zeit mit nutzlosem Warten, und nichts war für mich schlimmer, als tatenlos irgendwo herumsitzen zu müssen. Aber hier galt es, auf ein Zeichen der Entführer zu warten und zu hoffen, dass es Rolf einigermaßen gut ging. Nach der sechsten Tasse Kaffee bekam ich allmählich Magenprobleme, bestellte mir deshalb eine verschlossene Flasche Seltas. Ich traute den Wasserflaschen in den Lokalen nie so recht, leerte sie rasch und wartete weiter ab. Auch der Aschenbecher quoll inzwischen über, und Kaffee sowie Nikotin taten ihre Wirkung. Ich war so aufgedreht und voller Energie, dass ich problemlos zu den Botokuden und zurück hätte laufen können, wenn mir das geholfen hätte. Aber die Kaffeemengen in der Hitze des Nachmittages machten sich auf andere Weise bemerkbar. Ich gab meine Position auf der Restaurantterrasse auf und ging in mein Zimmer zurück, um erneut ein kaltes Bad zu nehmen und wieder die Wäsche zu wechseln. Dann lag ich angezogen auf meinem Bett, rauchte erneut und starrte dabei die Decke an. Ein riesiger Tausendfüßler lief dort entlang und schien geradezu darauf zu warten, von mir gefangen zu werden. Dieser Gliederfüßer hatte bestimmt eine Länge von gut 15 Zentimetern und gehörte damit zu den größten Exemplaren, die man in den Tropen finden kann. Ich erinnerte mich an ein einziges, noch größeres Exemplar, das ich in meiner Sammlung einverleibt hatte. Aber jetzt hinter diesem Myrapoda herzuwischen, hatte ich überhaupt keine Lust. Ich verfolgte seine Bahn und erkannte, als er sich direkt über meinem Bett befand, dass er jeden Moment herunterfallen konnte. Sein vorderes Teil hatte sich von der Decke gelöst und tastete sich suchend im leeren Raum umher. Na warte, traue dich und komm herunter. Du wirst es bereuen, war mein Gedanke. Aber ehe ich überhaupt reagieren konnte, klingelte das Telefon auf meinem Nachttisch. Als ich den Hörer abnahm, hatte das Insekt es sich wieder anders überlegt und marschierte jetzt direkt auf eine Wand zu. Warren, meldete ich mich kurz und knapp und folgte dem Myrapoda mit den Augen. Hören Sie gut zu, Senior Warren, vernahm ich eine kräftige Stimme. Wir haben Ihren Freund entführt und werden ihn töten, wenn Sie uns nicht die Unterlagen übergeben. Wer sind Sie und von welchen Unterlagen reden Sie überhaupt? Knurrte ich unwillig. Die Unterlagen mit den Zeichnungen, und zwar Ihren wie die von Dark. Sie befinden sich derzeit in einem Schließfach einer Bank. Unglücklicherweise haben Sie den Schlüssel dazu. Wir haben Ihren Freund. Also sollten Sie besser das tun, was wir verlangen. Wir treffen uns heute um 10 Uhr abends an der Südpforte der Igreya Nosa Signora Dobam Despacho. Kennen Sie diese Kirche? Ich habe davon gehört, antwortete ich. Seien Sie pünktlich. Damit war die Leitung tot, und ich warf den Hörer zurück in die Gabel. Der nächste Blick galt meiner Armbanduhr. Es war noch nicht ganz 6 Uhr. Ich hatte also genügend Zeit für meine Vorbereitungen. Allerdings musste ich in Betracht ziehen, dass man das Hotel überwachte. Handelte es sich wirklich um die Gegner, die wir in Washington erlebt hatten, waren sie nicht zu unterschätzen. Aber ich wollte nicht warten, bis es dunkel wurde. Mein Vorhaben benötigte Zeit, und deshalb war ich jetzt zum Handeln gezwungen. Ich verließ mein Zimmer, eilte hinunter in die Hotelhalle und sah mich nach dem Hotelboy um. Natürlich stand er wieder vor der Tür und rauchte. Offenbar gab es nicht sehr viele an- oder abreisende Hotelgäste. Er bemerkte mich durch die Glastür, warf seine Zigarette fort und eilte zu mir. Senior Warren, wie schön. Ich habe jetzt meinen verdienten Feierabend und möchte gern Ihre Einladung annehmen, wenn ich darf. Selbstverständlich, meine Einladung steht. Holen Sie doch bitte für uns aus der Bar eine gute Flasche Whisky, etwas Eis und die Gläser. Sie finden mich im Zimmer Nummer 22. Ach ja, Sie müssen es ja dem Empfangschef nicht extra erzählen, oder? Nein, natürlich nicht, Senior Warren. Was ich nach Feierabend mache, geht niemanden etwas an. 30 Minuten später verließ der Hotelboy das Haus durch den Dienstboteneingang. Er sah sich flüchtig um, konnte niemanden auf der Straße oder gegenüber entdecken, der sich für ihn interessierte. Der Mann schob seine runde Kopfbedeckung mit dem Kinnriemen zurecht, steckte sich eine Zigarette an und schlinderte vergnügt die Straße hinunter. Natürlich blieb ich, so oft es eben ging, an großen Schaufensterscheiben stehen, um zu beobachten, ob mir jemand folgte. Aber ich hatte ein gutes Gefühl. In der Uniform des Hotelpagen vermutete niemand Hans Warren. Ein paar Ecken weiter bog ich mehrfach ab, betrat einen Hausflur und zog die auffällige Jacke aus, setzte das runde Hütchen ab, wickelte alles zusammen und versteckte es hinter der Haustreppe. Es fiel bei den Temperaturen nicht weiter auf, dass ich jetzt nur mit einem Hemd bekleidet durch die Stadt ging, auch wenn man als Europäer riskierte, missbilligende Blicke der Damenwelt zu ernten. Nach einer guten Stunde erreichte ich die berühmte Kirche, die schon von weitem unverkennbar wie Notre-Dame in Paris auf ihrem Platz thronte und ihre mächtigen Türme in den langsam dunkel werdenden Himmel streckte. Die Kirche war wirklich eine gute Kopie von Notre-Dame und ein Anziehungspunkt für die Besucher der Stadt. Jetzt hatte sich jedoch die Plaza davor geleert, nur wenige Passanten bummelten hier vorüber. Ich fühlte mich bei meinem Vorhaben erheblich wohler, denn das war ein Punkt, der mir Sorgen bereitet hatte. Nur wenig von dem Licht der Straßenlaternen drang bis zu der Kirche hinüber, als ich die Leuchtpistole aus dem Hosenbund nahm, den Draht abrollte und alles so platzierte, dass es auch von einem aufmerksamen Besucher nicht bemerkt werden konnte. Ich prüfte die fehlerfreie Funktion aus, war mit meiner Konstruktion zufrieden und begab mich dann zu der bezeichneten Kirchenpforte, an der das Treffen stattfinden sollte. Auch hier präparierte ich alles und sah mir dann meine Arbeit mit etwas Abstand und kritischen Augen an. Was ich sah, unterschied sich in nichts von dem harmlosen Anblick vor meiner Arbeit. Jetzt war ich erleichtert. Das Treffen konnte ablaufen und wäre sicher noch einfacher für Rolf und mich, wenn wir unseren bewährten Pongo dabei hätten. So musste ich mich ein wenig auf Glück verlassen und hoffen, dass Rolf verstand, was ich wollte. Mein nächster Gang führte rund um die mächtige Kirche und anschließend in alle angrenzenden dunklen Seitenstraßen. Ich überzeugte mich davon, dass es keine Sackgasse gab, in der möglicherweise meine geplante Flucht vorzeitig enden konnte. Und dann machte ich die Entdeckung überhaupt. Am liebsten wäre ich vor Freude von einem Bein auf das andere gesprungen und hätte mir vor Vergnügen auf die Schenkel geschlagen. Eine rasche, nähere Untersuchung brachte mir die Überzeugung, dass ich das ultimative Werkzeug für mein Vorhaben entdeckt hatte. Erheblich ruhiger, aber doch mit innerlicher Anspannung kehrte ich zur Kirche zurück und wartete den Augenblick der Begegnung mit den Entführern ab. Gerade schlug die Kirchturmuhr das zehnte Mal, als ich einen amerikanischen Wagen auf den Platz rollen sah. Er hatte die großen Scheinwerfer ausgeschaltet, kaum, dass er den Platz erreichte. Dann hielt der Wagen und gleich darauf öffneten sich die Türen. Langsam stiegen zwei Männer aus und sahen sich um. Sie trugen weiße Anzüge und Panama-Hüte, erinnerten mich aber gleich von ihrer ganzen Art an die Gangster von Chicago. Während einer von ihnen am Wagen stehen blieb, schlenderte der andere langsam auf die Kirchenpforte zu. Ich hatte mich eng in den dunkelsten Winkel des Einganges gepresst und war sicher, dass ich hier ziemlich mit den Kontoren des Steinbaus verschmolz. Tatsächlich zögerte der Mann vor mir und versuchte, in der Dunkelheit des Torbogens jemanden zu erkennen. Ich setzte die blau getönte Brille auf und trat aus dem Schatten. Sehr schön, Senior Warren, wurde ich von einer kräftigen Stimme begrüßt. Ich hoffe, Sie halten sich an unsere Abmachung und haben den Schlüssel für das Schließfach mitgebracht. Und haben Sie meinen Freund mitgebracht? Natürlich, wir werden ihn gegen den Schlüssel austauschen, kam die Antwort. Der Mann war etwa drei Schritte vor mir stehen geblieben. Lassen Sie ihn aus dem Wagen aussteigen und ein paar Schritte näher kommen, damit ich ihn erkennen kann. Ich hoffe für Sie, dass er gesund ist, sagte ich und trat einen Schritt auf den Entführer zu. Der hatte plötzlich eine Pistole in der Hand und richtete sie auf mich. Bleiben Sie lieber dort stehen, Senior. Ihrem Freund geht es gut. Er gab ein Zeichen zu dem Wagen, ohne sich umzudrehen. Ich sah, wie sich erneut eine Wagentür öffnete und Rolf ausstieg. Sofort war der andere Mann neben ihm und richtete wohl auch eine Waffe auf ihn, um vor einer Überraschung sicher zu sein. Kommen Sie hierher, damit ich ihn besser sehen kann. Ich möchte wissen, ob es wirklich mein Freund ist, sagte ich zu meinem Gegenüber. In Wahrheit hatte ich Rolf längst erkannt und wartete nur auf den für mich günstigsten Moment. Tatsächlich kamen die beiden jetzt zu uns herüber und mein Gegenüber streckte die Hand aus. Den Schlüssel, wenn ich bitten darf. Selbstverständlich, antwortete ich und griff in meinen Gürtel. Augen zu, schrie ich auf Deutsch. Gleichzeitig gab es einen lauten Knall. Eine dicke, grellrot leuchtende Kugel, hüllte plötzlich die Kirchenpforte hinter mir ein. Und gleich darauf war der ganze Platz in ein gleißendes Licht getaucht, während es eine laute Explosion gab. Die beiden den Führer taumelten geblendet zurück. Rolf riss sich los und schon war ich an seiner Seite. Vorwärts in die Seitengasse, schrie ich ihm im Laufen zu. Nicht eine Sekunde verharrte Rolf, war gleich darauf neben mir und erreichte im gleichen Augenblick die Seitengasse, als wir laute Schreie hinter uns hörten. Wir sahen uns nicht um, bogen in das Dunkel ab und liefen weiter. Jetzt peitschten Schüsse durch die Nacht. Wir erreichten die nächste Straßenecke und waren gleich darauf auf dem Hof, wo meine Entdeckung auf uns wartete. Ich nahm die Royal Anfield Cave am Lenker, kickte einmal kurz und entfachte damit den fast 1000 Kubikzentimeter fastenden V-Twin-Motor zum Leben. Dann sprang ich in den Sattel, Rolf musste sich hinter mich quetschen, denn es gab keinen zweiten Sitz und ich legte krachend den Gang ein. Durch den Motorenlärm des kräftigen Motorrades hörte ich einen Schuss, dann waren wir um eine weitere Straßenecke und befanden uns wieder auf der Hauptstraße, wo ich die Maschine beschleunigen konnte. Wir rasten durch die nächtliche Stadt. Immer wieder schlug ich Haken wie ein Hase auf der Flucht, bog in kleinere Straßen ein und kehrte erneut auf die Hauptstraße zurück, nachdem ich einen Blick über die Schulter geworfen hatte. Tatsächlich war weit hinter uns plötzlich ein großer Scheinwerfer aufgetaucht. Das war zunächst kein Grund zur Besorgnis, denn Autos fuhren um diese Zeit noch immer durch die Stadt, allerdings nur in geringerer Menge und nicht, wie man es aus den amerikanischen Großstädten kannte. Aber beim nächsten Abbiegen wuchs doch meine Sorge, dass es sich um den Brick der Entführer handeln konnte. Der dunkle Wagen hatte ein mörderisches Tempo entwickelt, folgte jedem unserer Manöver und kam zu meinem Ärger auch langsam näher. Ich beschleunigte das Motorrad auf Höchstgeschwindigkeit und wir flogen förmlich auf der jetzt völlig geraden Straße durch eine Gegend, in der die Bebauung immer spärlicher wurde. Dann hatten wir die Stadt verlassen. Hier konnte ich es riskieren, den Scheinwerfer abzuschalten und auf der völlig freien Straße in Richtung der Berge zu fahren. Immer wieder drehten wir uns um oder ich warf einen Blick in den vibrierenden Außenspiegel. Wir hatten offenbar unsere Verfolger abgehängt. Nach gut 20 Minuten erkannte ich vor mir das Waldgebiet, von dem mir der Hotelboy berichtet hatte. Gleich dahinter floss der Rio Cuyaba und dort würden wir in Sicherheit sein und konnten mögliche Verfolger bereits von weitem aus machen. Das Motorrad fuhr ich an den Rand des dichten Dschungels, der hier begann. Dann stiegen wir ab, schoben das Motorrad so weit zwischen die Bäume, dass es nicht von der Straße ausgemacht werden konnte und hatten jetzt endlich Gelegenheit miteinander zu sprechen. Hans, großartig gemacht, sagte Rolf knapp und klopfte mir auf die Schulter. Ich konnte im Dunkeln nicht erkennen, ob er unter den Entführern gelitten hatte, aber Rolf kam mir gleich mit seiner Antwort zuvor. Es ist alles gut gegangen. Die Männer hatten mich zwar niedergeschlagen, aber ich habe, außer einer dicken Beule, keine weiteren Verletzungen. Wo hast du das Motorrad her? Das ist ein Zufallsfund und für unsere Flucht bestens geeignet gewesen, wie mir schien. Eigentlich hatte ich mich nur überzeugen wollen, dass wir nirgends in eine Sackgasse geraten. Die Enfield stand auf einem Hof, war aufgetankt und machte einen gepflegten Eindruck. So konnte ich sicher sein, dass wir die Entführer auf Distanz halten. Wir gingen eine Weile am Rand des Urwaldes entlang und achteten nicht weiter auf die typischen Geräusche der Nacht, während wir uns unterhielten. Dann erreichten wir das Flussufer und setzten uns auf einen Felsen, von dem wir einen recht guten Blick bis zur Straße hatten. Deine Lichtfalle war eine grandiose Idee, lieber Hans. Obwohl ich deinen Warnruf sofort befolgt habe, konnte ich dir Augen nicht schnell genug zukneifen, aber ich erkannte dich gut genug, um neben dir zu laufen. Ich nehme an, deshalb hast du diese seltsame Brille getragen, erkundigte sich mein Freund, und ich zog die Schutzbrille jetzt aus meiner Hemdtasche. Natürlich hatte ich es nicht riskiert, damit durch die nächtliche Kujawa zu fahren. Die habe ich mir zusammen mit der Leuchtpistole und dem Magnesiumpulver gekauft, und ich kann das Modell wirklich weiterempfehlen, fügte ich lachend hinzu. Aber was waren das für Burschen, die dich entführt haben? Rolf suchte in seinen Taschen nach einer Zigarette, aber die Entführer hatten ihm alles abgenommen, selbst das Zigaretten-Etui. Glücklicherweise konnte ich aushelfen, und so saßen wir auf dem Felsen am Rio Kujawa und rauchten in aller Ruhe. Als die Burschen annahmen, ich wäre noch ohnmächtig, konnte ich aus ihren Gesprächen entnehmen, dass sie zu den Kamajura gehören, einem sehr kleinen Stamm, der aber für sich in Anspruch nimmt, die wahren Hüter des alten Wissens zu sein. Möglicherweise stecken sie hinter den Buchzerstörern. Ich habe sie jedenfalls von verschiedenen Inschriften und einem Schlüsselerzählen hören. Aber da wurden ihre Gespräche sehr schnell in ihrem Dialekt geführt, und ich war natürlich nicht in der Lage, etwas zu verstehen. Was hast du jetzt geplant, Hans? In das Hotel können wir doch kaum noch zurückkehren. Ich drückte den Zigarettenrest sorgfältig auf dem Stein aus und stand auf. Das müssen wir auch gar nicht, Rolf. Ich habe einen Verbündeten im Hotel gefunden. Der Boy hat mir mit seiner Jacke und seinem Käppi einen großen Gefallen erwiesen. Und da er schon ein fürstliches Honorar für seine Hilfe bekommen hat und noch mehr in Aussicht gestellt bekam, wird er uns auch weiterhelfen. Wir fahren in die Stadt zurück, suchen uns ein unauffälliges Hotel und schlafen uns aus. Morgen rufe ich in unserem Hotel an, lasse unsere Sachen durch den Boy auf den Weg bringen und dann verlassen wir diese schöne Gegend so schnell wie möglich. Ein Risiko bleibt für uns natürlich. Die Burschen werden uns jetzt nicht nur im Hotel erwarten, sondern ganz sicher auch bei der Bank. Ich musste ihnen leider mitteilen, wo wir die Dokumente gelassen haben. Mein Zeigefinger wäre sonst unter einer sehr breiten Messerklinge verstümmelt worden. Wir kehrten zu dem Motorrad zurück. Während der gesamten Zeit war kein Fahrzeug vorbeigekommen. Also schoben wir die Maschine auf die Straße, ich betätigte den Kickstarter und zurück ging es in die Stadt. Drittes Kapitel Gefangen Vergeblich hatten wir bei einer kleinen Pension geläutet. Als endlich jemand auf das Klingeln reagierte, wurden wir aus einem Fenster herab unwirsch abgewiesen, das Fenster zugeworfen und wir standen etwas ratlos vor dem Haus. Da zog eine Gruppe Nachtbummler vorbei und gab uns den Hinweis auf ein Hotel, nicht weit von hier entfernt, bei dem man uns bestimmt aufnehmen würde. Wer erhielten wortreich den Weg beschrieben und machten uns erneut mit dem Motorrad auf den Weg. Unterwegs in den nächtlichen Straßen des Vorortes gab mir Rolf plötzlich mit leichtem Klopfen auf die Schulter zu verstehen, dass ich die Maschine anhalten sollte. Ich fuhr an den Straßenrand und stellte den Motor aus. Rolf stieg von seinem unbequemen Sitz auf dem Schutzblech herunter und schüttelte seine Beine. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Entführer mit mir hier langgefahren sind, sagte er dann und schaute sich noch einmal nach allen Seiten um. Ja wirklich, dort drüben das alte eiserne Tor habe ich bemerkt und ein Stück die Straße hinauf steht ein grellgelb angestrichenes Haus. Natürlich habe ich mir nichts anmerken lassen, meine Bewacher hielten mich weiterhin für ohnmächtig, aber ich bemühte mich darum, mir den Weg fest einzuprägen. Gut Rolf, aber das ist doch jetzt egal. Wir sind den Burschen entkommen, wollen nur etwas Schlaf haben und sind morgen aus der Stadt verschwunden, antwortete ich, denn ich hatte wirklich keine Ahnung, worauf mein Freund hinaus wollte. Rolf warf noch einmal einen Blick die schlecht beleuchtete Straße hinauf. Da nickte er bedächtig. Lass uns einmal hier langsam hinauffahren. Ich bin sicher, wir werden auf diese Weise das Haus meiner Entführer finden. Und dann? Sehen wir uns dort einmal um. Vielleicht entdecken wir ein Motiv für ihr Handeln. Das Haus erkenne ich in jedem Fall und dort hinein zu gelangen dürfte kein unüberwindliches Hindernis für uns sein. Damit kletterte Rolf wieder hinter mich und drückte sich auf dem Schutzblech zurecht. Ich finde, wir gehen damit ein hohes Risiko ein, Rolf, sagte ich über die Schulter. Aber mein Freund klopfte mir beruhigend auf die Schulter und ich startete die Maschine erneut. In langsamer Fahrt ging es die Straße hinauf. Es handelte sich um eine kleine, jetzt vollkommen unbelebte Seitenstraße mit einigen älteren Häusern. Nirgends brannte ein Licht und als wir das Ende erreicht hatten, gab mir Rolf erneut ein Zeichen. Das baufällige Haus dort vorne ist es. Es steht kein Auto davor und auch in der Straße parkt keines. Die Indios suchen uns sicher irgendwo, aber bestimmt nicht hier. Ich fahre noch ein Stück weiter, um das Motorrad besser verstecken zu können, antwortete ich und war in Gedanken wenig begeistert, zu dieser nächtlichen Stunde in das Haus einzubrechen, in dem er noch vor wenigen Stunden Rolf gefangen gehalten hatte. Aber ich konnte auch nicht meine Neugierde dämpfen. Die Idee, dort Aufschluss über die Machenschaften dieser Indianer zu finden, trieb mich an. Das Motorrad parkte ich an einem Haus um die Ecke, dann eilten wir zu dem verwahrlosten Grundstück, in dessen Mitte das verfallene Haus stand. Wir verharrten und sahen uns um, und als alles still blieb, eilten wir zur Rückseite des Gebäudes. Hier gab es keinen Eingang, aber Rolf war gleich darauf an einem Fenster im Erdgeschoss tätig geworden. Er hatte ein Taschenmesser hervorgeholt, klappte die Klinge aus und schob sie in den Fensterrahmen. Nach kurzer Zeit schob er den unteren Teil des Fensters geräuschlos nach oben. Wir lauschten in das finstere Haus, aber nichts regte sich. Alles schien vollkommen verlassen zu sein. In der nächsten Minute waren wir in dem Zimmer, das vollkommen unmöbliert war. Glücklicherweise war das Mondlicht ausreichend genug, um uns orientieren zu können. Die einzige Tür im Raum wurde vorsichtig geöffnet, dann schlichen wir auf den Flur hinaus. Im Erdgeschoss gab es nur drei kleinere Räume. Das ganze Haus machte einen eher unbewohnten Eindruck, aber Rolf deutete auf mehrere Zeitungen und schmutziges Geschirr, das von seinen Entführern zurückgelassen worden war. Hier befand sich niemand, und nichts deutete auf den Hintergrund der Täter. Rolf zeigte auf die steile Treppe, die zu den oberen Räumen führte, und ich folgte ihm gleich darauf. Uns bot sich nahezu das gleiche Bild wie in den unteren Räumen. Hier standen mehrere ungemachte Betten, in einem Schrank wiesen zurückgelassene Bekleidung und eine alte Leinentasche darauf hin, dass hier tatsächlich Menschen zumindest für eine Zeit lang gewohnt hatten. Ich zog die Leinentasche heraus, die ein stark abgegriffenes und verschmutztes Äußeres aufwies. Zunächst stieß ich auf eine alte Zeitungsseite, die ich entfaltete und damit an das Fenster trat, um sie besser betrachten zu können. »Kaffee-König wird Diamanten-Kaiser«, lautete die originelle Überschrift. Darunter konnte ich nur undeutlich das Bild eines Pflanzers erkennen. Ich überflog, so gut es bei der schlechten Beleuchtung ging, den Text, indem es um ungeheure Diamantenfunde auf dem Grundstück eines Plantagenbesitzers ging. Ich gab den Artikel an Rolf weiter und hielt die Leinentasche an das Fenster. Noch ein Blatt Papier befand sich, sehr klein zusammengefaltet darin. Neugierig, warum man das Blatt so zusammengefaltet hatte, dass man es problemlos in einer Uhrentasche im Anzug tragen konnte, wickelte ich es auseinander und stieß einen leisen Pfiff aus. Rolf schaute verwundert auf und erkannte dann, genau wie ich, das schon wohl vertraute Zeichen der Krokodilmänner. Neben dem Symbol fanden sich noch einige weitere, die ich aber nicht deuten konnte. Wir hatten also Recht gehabt mit unserer Vermutung, dass diese Indios etwas mit den Krokodilmännern zu tun hatten. Damit bestand dann auch die Möglichkeit, dass es sich um die Mitglieder einer Gruppe handelte, die auf der Jagd nach den Büchern uns immer wieder Schwierigkeiten gemacht hatten. Ich steckte den Zettel in meine Hosentasche und legte die Leinentasche zurück in den Schrank. Mehr ließ sich hier nicht entdecken und wir gingen wieder hinunter, um uns nun um den Keller zu kümmern, in dem man Rolf gefangen gehalten hatte. Zu meinem Ärger ließ sich der Lichtschalter nicht betätigen. Wir hatten natürlich vermieden, im Haus Licht anzuschalten, um unsere Anwesenheit nicht zu verraten und uns am schwachen Mondlicht, das durch die fehlenden Vorhänge in das Haus drangen, orientiert. Aber was sollten wir in dem dunklen Keller anfangen? Ich wollte gerade die Tür wieder schließen, als ich ein Geräusch vernahm. Auch Rolf war sofort stehen geblieben. Das Geräusch wiederholte sich nicht und fast nahm ich schon an, dass wir wohl einen Laut von draußen vernommen hatten, als sich die Ereignisse überschlugen. Plötzlich blendete mich der Strahl einer kräftigen Taschenlampe und als ich zur Seite treten wollte, erhielt ich einen Schlag auf den Kopf. Taumelnd griff ich an die Wand, um mich abzustützen, aber dann umhüllte mich nur noch schwarze Finsternis. Als ich die Augen aufschlug, brummte nicht nur mein Kopf, sondern ich wurde auf sehr unangenehme Weise hin und her geschleudert. Dann vernahm ich das Motorengeräusch und begriff, dass ich mich auf der Ladefläche eines Lastwagens befand, der in rascher Fahrt durch unebenes Gelände fuhr. Die Ladefläche war mit einer starken Plane überspannt, die an ihrem Ende hin und her schlug und mir gelegentlich den Blick auf einen grauen Himmel ermöglichte, an dem langsam der Tag heraufdämmerte. »Rolf?« rief ich halblaut und mit krächzender Stimme. »Ich hätte sehr gern einen Schluck Wasser getrunken, meine Zunge fühlte sich pelzig an, der Gaumen war wie ausgetrocknet.« Mein Freund antwortete nicht, und ich begann auszuprobieren, wie weit ich mich bewegen konnte. Zum Glück waren meine Hände nicht auf den Rücken gefesselt, sondern nur vorn zusammengebunden. Ebenso verhielt es sich mit meinen Füßen. Ich rollte mich auf die Seite, tastete umher und fand endlich den noch bewusstlosen Rolf, der wie ich gefesselt war. Noch während ich die Handfesseln untersuchte, zuckte mein Freund zusammen und stöhnte. Auch er kehrte ins Bewusstsein zurück und hatte kaum die Augen geöffnet, als er auch schon versuchte, sich aufzubäumen. Mit einem Stöhnen sank er wieder auf den harten Untergrund zurück. »Hast du erkennen können, ob es die Indios waren?« presste ich heraus und bekam nur ein weiteres Stöhnen zur Antwort. Die Fesseln waren gut verknotet, und es war bei dem unsicheren Halt auf der Ladefläche nicht möglich, einen Versuch zu machen, sie aufzuknoten oder auch nur zu lockern. Zunächst einmal galt es, eine bessere Position zu finden. Ich drehte mich auf den Rücken so, dass meine Füße, gegen die Seitenwand gepresst, einen etwas besseren Halt boten. »Wer sich in Gefahr begibt«, hörte ich Rolf murmeln und musste trotz meiner unangenehmen Lage lächeln. Das war wieder einmal typisch für ihn. Er gab einen sarkastischen Kommentar ab und machte sich offenbar noch keinerlei Sorgen, wie wir uns befreien sollten. Allerdings gebe ich freimütig zu, dass ich im Moment auch nur einen Gedanken hatte, die Fahrt so gut wie möglich zu überstehen. Der Lastwagen sprang offenbar über Hindernisse und Schlaglöcher, schaukelte vor und zurück und von links nach rechts. Zu den Kopfschmerzen kam jetzt auch noch Übelkeit hinzu, und ich fürchtete, diese Fahrt bekam meinen Magen überhaupt nicht. Schließlich wurde das Gefühl so unangenehm, dass ich begann, mich zum Ende der Ladefläche vorzuarbeiten, um den Kopf unter der Plane herauszustrecken und etwas frische Luft zu erhalten. Endlich war es mir gelungen. Ich kniete an der Heckklappe, streckte meinen Kopf unter der Plane heraus und sog gierig die frische Morgenluft ein. In dem Zwielicht erkannte ich, dass wir auf einer Art Piste fuhren, die den Namen Straße nicht verdiente. Vermutlich handelte es sich dabei um einen Versorgungsweg für eine Ansiedlung oder Pflanzung, denn auf beiden Seiten standen die dichten Reihen der Urwaldbäume, und die ersten laut kreischenden Papageienscharen schreckten durch den lärmenden Lastwagen von ihren Schlafbäumen und erhoben sich schimpfend und kreischend, um uns einen Augenblick zu begleiten und dann erneut auf den Baumwipfeln zu landen. Rolf schien es nicht anders zu ergehen, denn auch er war jetzt herangerutscht und richtete sich mühsam auf die Knie auf, um ebenfalls den Kopf unter der Plane vorzustrecken. So saßen wir wohl etwa eine halbe Stunde, wie ich schätzte, als der Lastwagen plötzlich abrupt bremste und wir dadurch beinahe über die Ladeklappe fielen, um dann hart auf den Untergrund zurückzukippen. Wir konnten Stimmen vernehmen, gleich darauf wurde die Plane zurückgeschlagen, die Ladeklappe geöffnet und das Gesicht eines Indios schob sich zu uns herein. Der Mann erkannte, dass wir wach waren, hob die Hand, eine Pistole haltend, und befahl uns, zur Seite zu rutschen. Dann sprangen zwei Mann auf die Ladefläche, ergriffen uns wie zwei verschnürte Pakete, zogen uns an den Rand des LKWs und ließen uns auf unsere Beine herunter. Dort wurden wir von zwei weiteren Indios in Empfang genommen, die uns zunächst die Fußfesseln abnahmen und uns dann mit ein paar kräftigen Fausthieben auf die Schulter und in den Rücken antrieben. Ich sah mich um und erkannte ein großes, weiß gestrichenes Gebäude, auf das wir zugingen. Offenbar waren wir auf einer Plantage, und ich erinnerte mich sofort an den Zeitungsartikel in der Leinentasche, der von einem Kaffeekönig berichtete. Nun, wir sollten nicht lange im Zweifel bleiben, wer unser Gastgeber war. Schon auf der Veranda kam uns ein untersetzter, dicker Weißer im hellen Anzug entgegen, musterte uns spöttisch mit kleinen Schweinsaugen, die in seinem aufgedunsenen Gesicht wie schwarze Murmeln saßen. Herzlich willkommen auf meine Hacienda, Senores, begrüßte er uns mit einer unangenehmen, ölig klingenden Stimme. Sie werden den Aufenthalt genießen, das verspreche ich Ihnen. Sie werden allerdings auch Dinge zu sehen bekommen, die wir nur ausgesuchten Gästen bieten. Ach, verzeihen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mit diesen Worten versuchte der Dicke eine Verbeugung, die aber bei seiner Leibesfülle lächerlich wirkte. Enrico Castillo, Ihr Gastgeber für die nächste Zeit, Senores, und ich fürchte, Ihr Aufenthalt bei mir wird länger, als Sie es geplant haben. Ein unangenehmes, lautes Lachen rundete jetzt das Bild dieses Mannes ab. Aber unbeeindruckt von seinem Auftritt antwortete ihm Rolf, Sie sind der Glückspilz, der auf seinem Grund und Boden die Diamanten gefunden hat? Was wollen Sie da von uns? Sollen wir Ihnen weitere Reichtümer aus der Erde holen? Der Dicke warf Rolf einen wütenden Blick zu, der allerdings in seinem feisten Gesicht nicht recht zur Wirkung kam. Seine schwarzen Schweinsäuglein starrten und zwar kalt an, aber da sich in dem feisten Gesicht sonst kaum ein Muskel erkennbar verzog, wirkte es eher, als würde er eine komische Grimasse versuchen. Werden Sie nicht frech, Senior Toring. Sie könnten meine Gastfreundlichkeit verletzen und mich zu unbedachten Dingen hinreißen lassen. Vorwärts, bringt sie hinein. Mir ist es schon jetzt zu warm hier. Die letzte Bemerkung galt den Indios, die uns mit den Waffen in der Hand umstanden. Emilio Castillo drehte sich auf dem Absatz um und brachte seine Fettmassen in eine erstaunlich schnelle Bewegung. Als er die Hand zur Tür ausstreckte, bemerkte ich mit Abscheu die dunklen Flecken unter seinen Armen und auf dem Rücken, die sich innerhalb kurzer Zeit ausgebreitet hatten. Tatsächlich empfing uns in dem geräumigen Raum eine sehr angenehme Kühle. Hier drehten sich zahlreiche Ventilatoren unter der Decke. Die Fenster waren fest verschlossen und die dicken Vorhänge verhinderten das Eindringen der aufgehenden Sonne. Hier konnte man es durchaus aushalten, wenn man dem Müßiggang nachging, was wohl die Lieblingsbeschäftigung des Dicken zu sein schien. Aber da sollte ich mich wohl etwas täuschen, wie wir bald erfahren würden. Der Dicke watschelte über einen weichen Teppich bis zu einem mächtigen Sessel, der für seine Körpermaße extra angefertigt zu sein schien. Dort ließ er sich schnaufend nieder und erhielt sofort von einem der Indios aus einer beschlagenen Glaskaraffe ein Glas gefüllt, das er in einem Zug austrank. Wir wurden von unseren Bewachern so dicht an seinen Sessel herangeschoben, dass ich den Geruch von Djinn ausmachen konnte. Um Ihnen Ihre Lage klarzumachen, Signores, das Wichtigste zuerst. Wir sind hier völlig abgeschieden von jeglicher Zivilisation. Auf meiner Hacienda gilt nur mein Gesetz. Und wenn ich es anordne, werden meine Richtersprüche sofort in die Tat umgesetzt. Merken Sie sich das. Wir sind von undurchdringlichen Sümpfen umgeben, die nur so von Krokodilen wimmeln. Das ist äußerst praktisch, denn auf diese Weise lassen sich die Reste unliebsamer Besucher problemlos besaltigen. Er hielt dem Indio erneut sein Glas hin, und der Mann füllte es wieder. Na prima, schoss es mir durch den Kopf. Wenn der Kerl so weiter trinkt, ist er in einer Stunde strunzenvoll und wir können über unsere Flucht nachdenken. Als hätte ich laut gedacht, sah mich der Dicke direkt an. Keine Sorge, Signor Warren. Das ist mein tägliches Frühstück, und ich vertrage davon eine ganze Menge. Falls Sie auf dumme Gedanken kommen sollten, vergessen Sie es. Von hier kommt niemand weg, wenn ich es nicht erlaube. Warum sollten wir Ihre Gastfreundschaft nicht genießen, Signor Castillo? Wir hatten ohnehin nichts anderes vor. Antwortete ich gelassen. Das dicke Gesicht zeigte diesmal keinerlei Reaktion. Der Mann erhob erneut sein Glas, nahm einen Schluck und begann dann, Sie haben überhaupt keine Ahnung, um was es hier geht. Die Aufzeichnungen, die Sie angefertigt haben, interessieren mich nicht. Ich kann sie jederzeit selbst anfertigen lassen. Aber die Dokumente von Professor Igor Dark, die gehören mir. Sie sollten mir den Banktresorschlüssel geben, bevor ich Gewalt anwenden lasse. Denn Geduld ist nicht meine größte Stärke. Er sprach jetzt zu uns mit gleichgültiger Stimme. So, als gelte es nur, ein für alle lästiges Geschäft so schnell wie möglich zu erledigen. Sie kennen Dark? erkundigte sich Rolf. Dann wissen Sie doch auch sicher, dass der Mann Wissenschaftler ist und Forschungen für das Wohl der Menschheit betreibt. Er sammelt das Wissen der alten Kulturen, um es für alle zugänglich zu machen. Dass ich nicht lache, unterbrach ihn der Dicke wütend. Dark als Wohltäter der Menschheit, das ist einfach lächerlich. Aber ich will meine Zeit nicht verschwenden, um mich mit Ihnen zu streiten. Geben Sie mir den Schlüssel für Ihr Bankschließfach. Wir holen die Aufzeichnungen und dann sind wir fertig miteinander. Was genau heißt das? gab Rolf kalt zurück. Wenn die Aufzeichnungen in meinem Haus sind, müssen Sie nicht länger meine Gastfreundschaft beanspruchen. Wir gehen einfach getrennte Wege und Sie vergessen alles weitere, lautete die Antwort. Senor Castillo, wir haben über Sie in einer alten Zeitung gelesen, dass ihr ohnehin schon großes Vermögen durch die Diamantenfunde ins Unermessliche gestiegen sind. Sie können sich also alles kaufen, was Sie haben wollen. Warum greifen Sie zu verbrecherischen Mitteln, entführen uns und zwingen uns Dokumente herauszugeben, die Ihnen nicht gehören? Erkundigte sich Rolf mit ruhiger Stimme. Mit einer Geschwindigkeit, die wir dem dicken Pflanzer nicht zugetraut hätten, sprang er aus seinem Sessel auf, stand im nächsten Augenblick dicht vor Rolf und richtete drohend den Zeigefinger auf seinen Kopf. Hören Sie, Senior Toring, ich habe schon einmal gesagt, dass Geduld nicht zu meinen Stärken gehört. Geben Sie den Schlüssel heraus, sonst werde ich Sie dazu zwingen. Und glauben Sie mir, das wird kein Vergnügen für Sie werden. Sein Kopf war während dieser Worte puterrot angelaufen. Der Dicke atmete heftig ein und aus und schien jeden Augenblick zu platzen. Ich zweifle keinen Augenblick an Ihren Möglichkeiten, Senior Castillo. Sie wären jedoch verschwendet, weil wir den Bankschlüssel nicht bei uns haben. Das müssen Sie uns schon abnehmen, antwortete ich so ruhig wie möglich. Der Dicke drehte sich zu mir und spief förmlich die Worte heraus. Dann sollten Sie mir sehr schnell sagen, wo er sich befindet. In Ihrem Hotelzimmer war er jedenfalls nicht und meine Leute haben Sie sorgfältig durchsucht, als Sie ohnmächtig waren. Also! Jetzt stand er so dicht vor mir, dass ich seinen nach Djinn riechenden Atem wahrnehmen konnte. Ich wich einen Schritt zurück und antwortete wahrheitsgemäß, den Schlüssel habe ich im Tank des Motorrades versteckt. Das war meine einzige Möglichkeit, ihn einigermaßen sicher zu wissen. Der Dicke warf unseren Bewachern einen Blick zu, die uns bislang stumm und scheinbar teilnahmslos umstanden. Die Pistolen griffbereit im Hosenbund ihrer eleganten, hellen Stoffhosen. Das ist möglich, Senior Castillo, antwortete einer von ihnen. Sie waren auf einem Motorrad geflüchtet, aber niemand von uns hat es näher untersucht. Dann schafft man den Schlüssel oder gleicht das ganze Motorrad hierher, und zwar schnell. Die Herren werden uns verraten, wo wir es finden. Aber gern, Senior Castillo, gab ich zur Antwort. Es steht gleich um die Ecke von dem reizenden Gebäude, in dem Ihre Männer uns überwältigt haben. Der Dicke Haciendero gab den Indios einen Wink, worauf sich zwei von ihnen wortlos entfernten. In mir keimte Hoffnung auf, dass wir uns gegen die verbleibenden Bewacher im passenden Moment durchsetzen konnten. Castillo hatte sich wieder an seinen Sessel fallen lassen und schien sich etwas zu beruhigen. Jedenfalls lehrte er nun auch den Rest aus dem zweiten Glas, bevor er sich wieder uns zuwandte. Viertes Kapitel Durch das wilde Mato Grosso Folgen Sie mir, blaffte uns der dicke Pflanzer plötzlich an. Er war erneut aus seinem Sessel gesprungen und wies auf eine Tür. Einer der Indios begleitete uns. Castillo ging voraus. Wir befanden uns in einem langen, dunklen Gang, an dessen Ende ein seltsames Licht unter einer Tür hervorschimmerte. Es war von grünlich-bläulicher Farbe, schwer zu beschreiben, und ich erinnerte mich an die Beleuchtung in einem Gewächshaus. Als der Pflanzer die Tür öffnete, fühlten wir uns wie in einem Krankenhaus. Armaturen und Schläuche, Geräte, die summten und tickten, dazu alles in klinischem Weiß, erleuchtet von Deckenstrahlern, die das seltsame Licht überall verbreiteten. In der Mitte des Raumes befand sich ein Bett, auf dem ich eine bewegungslose Gestalt vollkommen flach ausgestreckt erkennen konnte. Wir folgten dem Dicken bis zu einer Glaswand, die uns von dem seltsamen Raum trennte. Hier drehte er sich zu uns mit einem kummervollen Gesichtsausdruck um, der so gar nicht zu seinem bisherigen Verhalten passte. Er deutete mit seiner fleischigen Hand auf das Bett. Sehen Sie das? In diesem Zustand befindet sich meine Frau nun schon seit drei Jahren. Meine geliebte Rosa ist gefangen von diesen Maschinen, die sie künstlich am Leben erhalten. Alles würde ich für sie tun, um sie dort herauszuholen. Verstehen Sie das? Mein gesamtes Vermögen würde ich dafür geben, wenn sie das Lager verlassen könnte. Ich habe viele in meinem Leben gesündigt, aber meine Rosa muss dafür büßen. Sicher ein tragischer Fall, dachte ich, aber was hat das mit uns zu tun? Warum hat er seine kranke Frau in einem solch merkwürdigen Raum in seinem eigenen Haus? Sowohl Rolf als auch ich schwiegen und Castillo fuhr mit monotoner Stimme fort. Es gibt Möglichkeiten, sie zu retten. Das weiß ich und dafür bin ich bereit, jedes Opfer zu bringen. Ich habe die besten Ärzte und Wissenschaftler der Welt konsultiert. Ich habe versucht, die medizinische Forschung voranzutreiben, indem ich Unsummen meines Vermögens in Labore gesteckt habe, damit sie ihre Forschungsergebnisse vorantreiben können. Und meine größte Hoffnung ist dabei die Arbeit von Professor Dark. Deshalb muss ich um jeden Preis seine Aufzeichnungen haben. Verstehen Sie mich? Das ist mein einziges Lebensziel, dem ich alles, aber auch alles opfern werde. Wir treten dem Krankensaal den Rücken zu und jetzt war es Rolf, der dem Pflanzer ansprach. Senor Castillo, das ist alles sehr tragisch und ein furchtbares Schicksal. Aber das rechtfertigt noch lange nicht, buchstäblich über Leichen zu gehen, Labore anzuzünden und Bücher zu vernichten. Der dicke Pflanzer lief erneut krebsrot im Gesicht an und schrie uns an, Sie wissen nichts, gar nichts. Ich muss das Wissen der Krokodilmänner haben. Ich muss wissen, wie die alten Kulturen den Tod besiegt haben. Und der Schlüssel dazu befindet sich in den Aufzeichnungen dieses Darks, die sich in ihrem Besitz befinden. Jetzt war ich überzeugt, dass der Pflanzer verrückt geworden war, bei dem Gedanken, seine Frau retten zu müssen. Ganz behutsam wählte ich meine Worte aus. Senor Castillo, erlauben Sie bitte. Aber jetzt verstehe ich Sie wirklich nicht mehr. Die Aufzeichnungen Darks hat er in den bekannten Höhlen der Botokuden angefertigt. Wenn Sie wirklich so wichtig für Sie sind. Warum haben Sie diese Felsenzeichnungen nicht längst für sich selbst kopieren lassen? Der Mann vor mir schien sich vor Wut kaum noch bezwingen zu können. Er schrie mir seine Antwort mit einem Schwall Speichel entgegen, der ihm am Kinn herablief. Felsenzeichnungen? Unsinn! Was soll dieses dumme Gerede von den Felsenzeichnungen der Botokuden? Glauben Sie ernsthaft, dass ich die nicht schon längst in meiner Sammlung habe? Aber alle Wissenschaftler, die ich damit beschäftigt habe, kamen nicht weiter. Nur Dark ist es gelungen, die Formel zu entziffern. Und das ist der Schlüssel, um den Tod zu überlisten. Meine Rosa endlich zu retten! Rolf und ich warfen uns einen raschen Blick zu. Dann nickte mir mein Freund kurz zu. Signor Castillo, Sie befinden sich in einem gewaltigen Irrtum. Die Aufzeichnungen, die wir von Dark über die Indios erhielten, sind nur die Kopien der Felsenzeichnungen. Darunter befindet sich auch nicht ein einziger geschriebener Satz aus seiner Feder, nur seine Unterschrift. Jetzt schienen die kleinen, schwarzen Schweinsäuglein fast aus dem dicken Gesicht zu kullern. Der Pflanzer hatte seine Lider weit aufgerissen und zitterte vor Wut. Aus dem Augenwinkel konnte ich eine Bewegung hinter mir erkennen. Unser Bewacher trat zu seinem Herrn, der zitternd und keiner antwortmächtig vor uns stand. Er beugte sich leicht vor und reichte ihm ein kleines, braunes Glasfläschchen, das der Pflanzer kaum noch halten konnte. Das war die Gelegenheit für uns. Ich schlug dem Indio mit der Handkante kräftig in den Nacken, sodass er nach vorn taumelte, auf den Pflanzer fiel und ihn dabei umriss. Rolf hatte ihm schon die Pistole entrissen. Einen Schlag mit dem Knauf und auch der Pflanzer war unschädlich gemacht. So fühle ich mich schon erheblich wohler, sagte Rolf, als er die Pistole rasch untersuchte. Das Magazin im Schaft war gefüllt. Er lud die Waffe durch und übernahm die Führung aus dem Krankenbereich. Der zweite Indio hatte den großen Wohnraum des Pflanzers verlassen. Als wir behutsam die Tür einen Spalt öffneten, um den Raum nach möglichen Gegnern abzusuchen, konnten wir ihn nirgends entdecken. Rasch waren wir hindurch und an der Tür, die auf gleiche Weise behutsam geöffnet wurde. Rolf sperrte hinaus, die Waffe schussbereit in der Hand. Alles blieb ruhig und gleich darauf waren wir um die erste Hausecke, um uns einen Überblick zu verschaffen. Gerade noch rechtzeitig zuckte Rolf zurück und gab mir ein Zeichen, dass sich jemand näherte. Völlig nichtsahnend kam der andere Indio um die Ecke, ein Gewehr nachlässig in der Hand und eine Zigarette im Mundwinkel. Er hatte keine Gelegenheit, die Situation richtig zu erkennen. Ein Schlag mit der Pistole, ich griff zu seinem Gewehr und entdeckte noch ein großes Messer an seinem Gürtel, das ich ebenfalls an mich nahm. Der Indio hatte keinen Laut ausstoßen können, aber wir hatten keine Ahnung, wie viele Wachen möglicherweise auf der Plantage überhaupt waren. Ein gegenüberliegendes Stallgebäude wurde von uns rasch durchsucht. Dann erkundeten wir das Umfeld beider Gebäude. Alles schien verlassen. Die Arbeiter waren weit entfernt auf den Feldern. Die Wachen bestanden offenbar nur aus den beiden Indios, die wir überwältigt hatten, und den beiden, die in die Stadt geflohen waren, um unser Motorrad abzuholen. Wir sollten zusehen, dass wir uns auf den Rückweg auf der Straße machen. Dort kommen wir am schnellsten voran, sagte Rolf zu mir. Und was machen wir, wenn uns ein Fahrzeug entgegenkommt? Bevor wir uns in den Dschungel retten können, sind wir schon entdeckt und haben die Verfolger auf den Fersen. Ich weiß nicht. In diesem Augenblick wurde Motorengeräusch hörbar und beendete jede weitere Diskussion über unseren Fluchtweg. Die aufsteigende Staubwolke auf der Straße zeigte uns, dass der Lastwagen rasch näher kam. Hier herüber, Rolf! Wir haben keine andere Möglichkeit, als das Dschungelgebiet zu durchqueren, rief ich meinem Freund zu, warf mir das Gewehr über die Schulter und war schon zwischen den ersten Baumriesen, als Rolf mir folgte. Das wollte ich gerade vermeiden, rief er mir zu. Ich befürchte, diese Tour wird nicht gerade ein Sonntagsausflug werden. In Gedanken gab ich Rolf natürlich recht, aber eine andere Möglichkeit bot sich uns nicht an, wollten wir den Indios wirklich entkommen. Bis sie unsere Flucht bemerkt und ihren Chef gefunden hatten, war unser Vorsprung in der grünen Hölle groß genug, um eine Verfolgung zumindest zu erschweren. Beschwerlich wurde es jetzt aber für uns, denn wohin wir uns auch wandten, überall war eine dichte, zusammengewachsene grüne Pflanzenwand vor uns, die unser Durchkommen stark behindert. Mühsam genug bahnte ich unseren Weg mit dem Messer des Indios und atmete schließlich erleichtert auf, als wir einen kleinen Wildpfad trafen. Wunderbar, jetzt geht es schneller voran, sagte Rolf. Ich bin mir nicht sicher, ob die Indios trotz ihrer europäischen Kleidung nicht im heimatlichen Urwald ihre Überlegenheit beweisen könnten. In jedem Fall wird dieser Pfad uns an einen Flusslauf bringen, und dem können wir dann folgen, ergänzte ich. Wie auf Kommando stob plötzlich ein riesiger Schwarm bunt gefiederter Papageien vor uns auf und drehte kreischend seine Runde, bevor sich die Tiere erneut auf Bäumen in einiger Entfernung niederließen. Das war mir ein Alarmsignal. Ich befürchtete die Nähe unserer Feinde. Sobald die Vögel verstummt waren, blieben wir deshalb lauschend stehen, konnten aber außer dem nahen Rauschen eines Flusses nichts hören. Vielleicht waren wir auch selbst die Ursache, Hans. Wir sind offenbar unmittelbar am Flussufer. Jetzt ist besondere Vorsicht geboten, nicht nur wegen den sicherlich vorhandenen Krokodilen. Wir vermieden bei der Annäherung an die Uferbank jedes unnötige Geräusch, schoben Lianen behutsam zur Seite und standen dann unvermittelt direkt am Flussufer. Ein rascher Blick in beide Richtungen und schon war uns bewusst, dass wir hier nicht weiterkamen. Wir müssen den Fluss überqueren. Dort drüben ist das Ufer frei, sagte Rolf und deutete auf die schwimmenden Krokodile, die scheinbar träge und teilnahmslos in der Sonne lagen und uns nicht zu beachten schienen. Wenn wir am Flussufer anlang zur Stadt wollen, haben wir keine andere Wahl. Eine Weile suchten wir das Ufer noch nach einer anderen Möglichkeit ab, aber hier reichte der Urwald nahezu lückenlos bis an den Fluss, während wie zum Hohn für uns die andere Seite einen sehr breiten Bereich frei ließ. Soweit wir schauen konnten, änderte sich daran auch nichts am Verlauf des Flusses. Wenn wir den Ast dort drüben erreichen und uns mit den Lianen und verflochtenen Zweigen weiterarbeiten, kommen wir hinüber, sagte ich zu Rolf, nachdem ich einen etwa armdicken Ast entdeckt hatte, der weit über den Fluss reichte und das Gewicht eines Menschen tragen musste. Rolf warf noch einen Blick auf die Krokodile, musterte den Ast und nickte. Du weißt, was passiert, wenn der Ast nicht halten sollte oder wenn du dich nicht mehr halten kannst. Ach, es ist aussichtslos, Hans, das geht nicht, unterbrach sich mein Freund selbst und deutete auf den Ast. Dort sonnte sich völlig bewegungslos eine große, grüne Anaconda-Schlange. Ich fixierte den Ast, schätzte die Entfernung und nahm das Messer in die Hand. Ich versuche es, Rolf. Wenn wir noch länger zögern, besteht die Gefahr, dass unsere Verfolger uns einholen. Dort drüben ist gerade ein Schwarm mit Sittichen aufgestiegen und fliegt eine Runde nach der anderen über den Baumwipfeln. Für alle Fälle nimm das Gewehr hier. Es ist mir bei meinem Sprung ohnehin im Weg. Es ist eine Winchester mit noch acht Schuss. Sollte ich durch die Anaconda in Schwierigkeiten geraten, halte mir bitte die Krokodile fern. Dann nahm ich das Messer zwischen die Zerne, kauerte mich zusammen und schnellte mich mit aller Kraft empor. Obwohl ich den Sprung genau berechnet hatte, fasste ich den Ast viel zu nah an der Schlange. Die hatte wohl durch die Erschütterung sich sofort aufgerichtet und war bereit, sich um mich zu ringeln. Für einen winzigen Moment hielt ich mich nur mit der linken Hand fest, nahm das Messer aus den Zähnen und stieß kräftig zu. Die Schlange zuckte im Todeskampf und rutschte von dem Ast, an dem ich mich sofort wieder mit beiden Händen hielt. Aber jetzt schien das Wasser unter mir zu kochen. Ein Krokodil nach dem anderen jagte heran, die beiden schnellsten waren direkt unter mir und schnellten sich aus dem Wasser. Als ich mich zum nächsten Ast hinüberschwang und dabei noch eine Liane zur Sicherheit benutzte, zog ich gerade rechtzeitig die Beine hoch, sodass ich zwar noch nass gespritzt wurde, aber die gefährlichen Zähne der ersten Bestie unter mir ins Leere schnappten. Schnell hintereinander krachten jetzt zwei Schüsse und der Fluss wurde zu einer schäumenden Masse, in die sich nun auch das Blut der Echsen mischte. Ärgerlich, dass Rolf überhaupt schießen musste und damit unsere Anwesenheit verriet. Aber jetzt waren die Krokodile so zahlreich, dass sie sich übereinander türmten. Aber kaum war das Blut der Getroffenen im Wasser, stürzten sich mehrere auf ihre getroffenen Kameraden und zerrissen sie. In der Zwischenzeit hatte ich die andere Fußseite erreicht und wartete jetzt auf Rolf. Mein Freund wollte die jetzt hinderliche Waffe jedoch nicht zurücklassen. Er zog sich den Lederriemen über den Kopf, hatte so die Hände frei und sprang zu dem Ast, der jetzt von der Anaconda befreit war. Ich beobachtete sein Treiben mit großer Besorgnis. Zwar hatte ich die Pistole, die wir dem Indio abgenommen hatten, aber ob ich damit gegen die Krokodile viel ausrichten konnte, war sehr fraglich. Nach einigen bangen Minuten stand Rolf lachend neben mir und klopfte mir auf die Schulter. Jetzt sollten wir sehen, dass wir hier verschwinden. Unsere Verfolger könnten jeden Augenblick hier sein. Wortlos wandten wir uns nun dem Waldrand zu und liefen daran entlang, jedoch nicht ohne uns immer wieder umzusehen. Noch hatten wir die nächste Flusskrümmung nicht erreicht, da glaubte ich, bei meinem Blick zurück, einen Indio aus dem Dickicht treten zu sehen. Einen Augenblick wartete ich ab, dann konnte ich den Mann ungefähr an der Stelle sehen, an der wir den Fluss überquert hatten. Gleich darauf war er wieder im Dickicht des Urwaldes verschwunden und wir umrundeten die erste Flusskrümmung. Während des sehr anstrengenden Fußmarsches zurück nach Kuiaba sprachen wir nicht viel miteinander. Die feuchtschwiele Luft des Urwaldes umwehte uns auch hier am Flussufer. Dazu kam natürlich die erbarmungslos auf uns herabbrennende Sonne. Erst gegen Abend erreichten wir die Ausläufer der Stadt und suchten die erstbeste Herberge auf, in der wir uns ein ausgiebiges Bad gönnten. Man hatte uns am Empfang sehr misstrauisch gemustert, denn wir boten einen abenteuerlichen Anblick. Die Stiefel waren Schlamm und Dreck verkrustet, bis zu den darin steckenden Hosenbeinen. Die Hemden waren von zahlreichen Dornen und kleinen Ästen buchstäblich zerfetzt und auch das Gewehr auf Rolfs Rücken trug nicht gerade zur Vertrauensbildung bei. Erst als wir unser Zimmer mit amerikanischen Dollars im Voraus bezahlten, waren wir willkommen und entspannten uns nach einem bescheidenen Abendessen. 2 6 8 9 10 12